Okay, das ging gut. Das ging besser als erwartet. Vorne steht noch einer. Vielleicht können wir jetzt hier ganz gut durch. Was ist denn das? Ich sammle mal alles ein. Ich habe noch gar keine Ahnung, aber ich denke, wir haben hier auch so ein Crafting-System. Es sind so viele heute. Anscheinend ist das Messer abgenutzt. Ich kann es nicht mehr wählen. Wer hat denn da eben und tschüss gesagt? Ich weiß nicht, wo der andere hingeht. Ich denke, wir riskieren es jetzt. Wir ziehen ihn ein bisschen raus. Jaja, kriege ich schon hin. Und du bist leider jetzt auch fällig, Kollege. Damit scheint unser Weg jetzt frei zu sein. Was war denn das? Das hat sich eben angehört wie ein Schuss aus einer schallgedämpften Waffe. Scheiße. Ach, fuck it, ey. Weil ich auch mal 100 Jahre zu zielen brauche. Wo kommst denn du jetzt her? Ja, hoffentlich. Das ist doch scheiße. Ne, sowas ärgert mich. Jetzt hat uns hier wieder jede Sau gehört. Achtung. Schleichen kannst du dir jetzt quasi direkt schon sparen. Ah, egal. Gut, die da erst mal. Die wäre erst mal zu, würde ich sagen. Jetzt mal hier gucken. Was haben wir denn da? Kiste. Nichts drin. Ja, guck mich mal an. Jetzt schon wieder angeschossen. Und Joel hat... Ja, get out. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung. Die Sperrschulde sind jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Die Sperrschulde. Joel, hilf mir mal eben. Ja, komm. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass dich scheiß Finger von hier. Hör auf damit. Musst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleib ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Welt. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst? Wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, dass ich kann nicht bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay hier. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du? Komm her. Gehen wir. Und da haben wir jetzt Allie kennengelernt. Sehr cool. Oh, sie wendet gleich ein bisschen weg. Gut, ist klar. So, wo müssen wir denn hin? Zum Nordturm. Hier liegen schon wieder die ersten Toten. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Allie ist... Ach, scheiße. Okay, da drüben. Vielleicht können wir da drüben irgendwie rein. Aber hier ist alles... Hier ist erst mal alles zu. Auch noch. Naja, versuchen wir es. So, was ist denn hier? Hier geht es auch nicht weiter. Ich habe im Moment gerade keinen Plan, wie wir hier weiterkommen. Weil hier ist Stacheldraht. Da kommen wir nicht drüber. Wir zeigen verdächtige Aktivitäten selbstverständlich sofort an. Hier ist nochmal... So, die Top-Tender-Gesuchten. Wahrscheinlich die Hälfte schon tot. So, hier unten scheint es nicht weiter zu gehen. Hier vorne. Vielleicht kommen wir an dem Tor raus. Oder hier neben rein. Was haben wir denn da? Abzeichen und Firefly-Anhänger. Hier liegt noch nichts. Gucken wir, was der kann. Ah, hier können wir das Messer herstellen. Klinge und Band. Naja, das wollte ich aber jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich auf Firefly-Anhänger. Was kann der? So, steht nur hier. Die Anhänger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Na gut. Das ist also so ein Sammelding. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir... Können wir das Schloss hier öffnen? Ne. Ich bin mir relativ sicher, dass es da unten irgendwie weiter geht. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Vielleicht können wir hier auf die Tonne steigen. Oder das Ding da hindrücken. Ne. Das ist zu schwer. Vielleicht können wir hier so... Ne. Achtung. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestrafen. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Ja doch. Ich weiß noch gar nicht hier, wie es hier weitergeht. Wir haben auch keine Karte oder so, ne? Ne. Vielleicht können wir hier durch dieses Tor... Das erste Mal ist zu. Vielleicht geht es hier neben weiter. Hier kommen wir ja raus. Da hinten ist auf jeden Fall... Hier ist alles zu. Scheiße, Mann. Wo geht es denn hier raus? Türen sind alle geschlossen. Also Türen scheinen dann immer so... So halb offen zu sein. Vielleicht können wir da irgendwie die Feuerleiter... Hoch. Oder hier neben irgendwo. Hm. Hier hängt so ein fettes Vorhängeschloss. Ich versuch mal, ob ich das aufschießen kann. Geht nicht. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Hm. Ach geil, guck mal. Wenn du die anleuchtest, guckt sie weg. Sehr geil gemacht. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Ja, ich weiß. Und wir sollen uns nicht in Gefahr bringen, habe ich das Gefühl. Ach, alter Schwede. Hier unten geht es doch weiter. Hier unten. So. Sorry. Los, mach ihn. Ja, doch. Wow. Okay, da hinten geht es weiter und hier ist zu. Hm. Brauchen irgendwas wie eine Leiter, ein Brett oder sonst was? Ich hätte ja Ellie nicht da hochwerfen können. Ah, so ein schöner Müllcontainer. Was ein Glück, rollt da noch. Kommt sie da von selbst hoch? Hm. Na, wir gehen mal weiter. Ellie wird sich schon da irgendwie... Ja, tatsächlich. Sie ist ja agiert wie eine Katze. Sehr cool. So, was ist hier oben? Herr Krimineller, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Gemütlich. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Das ist ein42-3, das ist. Und das ist ein 4,7-3. Das ist ein Kassier.